Herzlich Willkommen! Hier ist dieser Paul mit dem Thema den Firefox Browser ausschmücken. Um den Firefox Browser ein wenig zu dekorieren und zu verzieren, stehen auf dieser Website eine Menge sogenannter Themes bereit. Für den weihnachtlichen Touch findet man sicherlich was. Sobald der Mauszeiger über einem Design ist, wird dieses im Browser oben angezeigt und man sieht, ob die Grafik nun geeignet ist oder nicht. Mal was anderes, zum Beispiel das hier und schon wird es angezeigt. Nach dem Klick auf den Button hinzufügen, wird das Design installiert. Unter Extras, Add-ons, Erscheinungsbild, können die Themes aktiviert, deaktiviert und auch wieder entfernt werden. Ein eigenes Theme kann entwickelt und hinzugefügt werden. Anweisungen dazu findet man hier auf dieser Seite. Die Links zu den erwähnten Webseiten befinden sich im Infobereich. Das war UserPower von OpenScreencast. OpenCast. Ciao und viel Glück!